Wie viele Eisengolems benötigt man, um einen Raid zu bezwingen? Schwierigkeitsgrad einfach, Bad Omen 5. Ich startete den Test mit einem Eisengolem, welcher auch problemlos die erste Welle besiegte, jedoch in der zweiten von den Dienern besiegt wurde. Im zweiten Test nahm ich überraschenderweise zwei Eisengolems, hier wieder dasselbe Spiel. Sie schafften es easy, die erste Welle zu besiegen und auch easy, die zweite Welle zu besiegen. Auch die dritte Welle mit Beast stellte für die Golems kein Problem dar. Als die vierte und letzte Welle spawnte, schafften sie es auch wieder die Pillager zu besiegen. Aber das lag nur daran, dass sie die starken Gegner als erstes besiegt haben. Ich wiederhole den Test nämlich nochmals mit zwei Golems und diesmal schafften die Eisengoleme es nicht den Raid zu besiegen. Deswegen kam ich zum Entschluss, dass es drei Eisengolems braucht, um einen Raid auf einfach zu besiegen, auch wenn es dabei einen Verlust gab. So. So.